Du möchtest deinen Bildern einen Low-Key-Look in Lightroom versehen? Ich zeige dir heute, wie das Ganze funktioniert, wie ich das mache und mit welchen Fotos das besonders gut funktioniert. Außerdem gibt es heute natürlich auch wieder was im Adventskalender zu gewinnen. Wenn du noch nicht angemeldet bist, der erste Link in der Videobeschreibung, da einfach einmal anmelden, dann bist du automatisch bei allen Tagen in der Verlosung mit dabei. Heute gibt es zweimal die Preset-Toolbox zu gewinnen, die ich mal erstellt habe für Lightroom. Und dann kannst du ganz einfach und simpel deine Bilder bearbeiten mit nur noch wenigen Mausklicks. Das ist also richtig cool. Wenn du gewinnen willst, dann einfach, wie gesagt, der erste Link in der Videobeschreibung. Und jetzt geht es los mit dem Low-Key-Look in Lightroom. Wichtig für ein Low-Key-Bild ist natürlich erstmal die Basis. Das bedeutet, ich kann jetzt kein Low-Key-Bild aus einem Foto machen, wo wir puren Sonnenschein haben, wir draußen sind und eigentlich mehr Höhen als Tiefen drin sind. Und ja, also ich habe hier natürlich jetzt auch mal ein Studio-Bild rausgesucht, wo wir mit einem schwarzen Hintergrund fotografiert haben, wo das Licht jetzt auch nicht ganz so doll knallt. Und du siehst es ja hier auch schon im Histogramm. Wir haben viele dunkle Bildbereiche drin, noch ein paar Mitteltöne, aber wir haben keine Lichter und keine Weißwerte da drin. Ja, und das ist erstmal, glaube ich, so die Grundvoraussetzung dafür, wie wir da weiterarbeiten wollen. So, ich würde jetzt als erstes am Anfang mal, weil mir die Sättigung doch ein bisschen doll vorkommt hier, die würde ich jetzt erstmal so ein kleines bisschen runtersetzen. Vielleicht nicht ganz so doll, vielleicht packen wir sie noch auf minus 20 ungefähr. Das sieht schon mal ganz gut aus. Im nächsten Schritt werde ich die Belichtung an sich noch ein kleines bisschen weiter runterdrehen. Gleichzeitig werde ich die Lichter etwas anheben, dass wir hier die Haut so ein kleines bisschen heller noch bekommen und gleichzeitig die Tiefen aber wieder ein bisschen abdunkeln. So, das T-Shirt zum Beispiel gehört ja zu den Tiefen und genauso die Schwarzwerte auch, weil ich will wirklich den Hintergrund komplett schwarz haben. Packen wir die mal so auf minus 10 ungefähr. Das gefällt mir schon ganz gut und ich glaube, die Sättigung nehme ich tatsächlich sogar komplett raus. Ich glaube, in Schwarz-Weiß gefällt mir das Bild tatsächlich ein bisschen besser. Ich möchte insgesamt noch ein bisschen Kontrast reinbauen in das Bild. Ein kleines bisschen Dunst entfernen ziehen wir hier auch noch mit rein. Auch das gibt nochmal guten Kontrast. Ich mag es, dass ich hier noch so ganz leicht die Kante von dem T-Shirt, von den Schultern quasi sehe, aber trotzdem der Rest komplett schwarz. Das ist auch die Separation hier mit dem Kopf, wo wir so ein ganz kleines bisschen von hinten noch so einen kleinen Blitz drin hatten. Das gefällt mir gut, das möchte ich auch beibehalten. Deswegen habe ich jetzt die Schwarzwerte hier auch insgesamt nicht ganz so doll runtergedreht. Ich werde jetzt als nächstes mal in das Maskenmenü reingehen und das Motiv auswählen. Also mich quasi. Ja, und mal gucken, wie gut das jetzt noch funktioniert. Dadurch, dass wir jetzt hier schon relativ dunkel sind und wenig Kontrast drin haben. Aber es funktioniert trotzdem sehr, sehr gut. Und jetzt gucken wir mal. Ich schaue mal, wenn ich mich jetzt selber wieder ein kleines bisschen heller mache und auch die Lichter nochmal ein kleines bisschen weiter nach oben drehe, einfach um ein bisschen mehr Kontrast noch drin zu haben. Die Tiefen nehmen wir nochmal ein Stück runter. Ich muss immer aufpassen hier, dass wir, wie gesagt, diese leichte Kante an den Schultern noch drin haben, dass die nicht verschwindet. Deswegen die Tiefen auch nicht zu weit runterdrehen. Aber so gefällt es mir schon ziemlich gut und auch ein bisschen mehr Kontrast kann hier noch mit rein. Dann werden wir hier noch ein kleines bisschen Klarheit mit dazu packen. Ich finde, ich kann so ein bisschen, ja, so ein bisschen, also ich will so ein bisschen Richtung Charakterportrait gehen, ohne dass ich es jetzt übertreibe. Ich will mich auch nicht älter machen, als ich eigentlich bin. Aber so ein kleines bisschen Klarheit schadet hier, denke ich, an dieser Stelle nicht. Das gefällt mir so schon mal ganz gut. Ich würde jetzt als nächstes mal noch den Bildausschnitt ändern. Und deswegen werde ich jetzt hier mal das Seitenverhältnis anders einstellen. Ich glaube, ein 4 zu 5 Seitenverhältnis sieht ganz gut aus hier an dieser Stelle. Das ist jetzt für mich auch mal so die Frage. Ich glaube, die Arme hier unten, die möchte ich gar nicht unbedingt drin haben. Oben kann ich ein kleines bisschen Platz noch für den Kopf lassen. Aber dann haben wir hier die Augen so auf der 2. Drittel Linie. Das sieht, denke ich mal, ganz gut aus. Ja, das gefällt mir deutlich besser, wenn ich hier unten nicht mehr die Haut von den Armen drin habe, sondern wirklich jetzt hier nur noch hier oben quasi das Gesicht, das Entscheidende ist. Und natürlich das Logo hier unten, ein kleines bisschen Werbung muss ja auch noch sein. Aber ich glaube, insgesamt könnten wir jetzt hier auch noch eine kleine Vignette drumherum legen. Deswegen gehe ich hier mal in die Effektpalette rein und dunkel das außenrum quasi alles auch noch mal so ein bisschen mehr ab. Kann ja auch relativ doll sein, weil, wie gesagt, es ist ja eh komplett schwarz. So sieht es doch schon richtig gut aus. Ich glaube, die Belichtung drehe ich doch noch mal ein kleines bisschen weiter nach oben. Gebe dem Ganzen in den Weißwerten noch ein kleines bisschen mehr Punch hier rein, dass wir hier noch so ein bisschen mehr Kontrast drin haben. Und dann, finde ich, haben wir hier schon ein sehr starkes Low-Key-Bild, wie ich finde. Die Belichtung doch wieder ein kleines bisschen weiter runter. Machen wir eher über die Weißwerte hier, dass wir da noch ein bisschen Kontrast reinbauen. Sehr schön, das gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir hier, ja, tatsächlich aus diesem Bild ein schönes Low-Key-Bild gemacht, wie ich finde. War ja, wie gesagt, auch vorher schon. Aber jetzt haben wir das Ganze noch mal ein bisschen verstärkt. Und mir persönlich gefällt es richtig gut. Du kannst gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie es dir gefällt. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du kannst in Zukunft vielleicht mal das eine oder andere Low-Key in Lightroom erstellen. Ansonsten, kurze Erinnerung noch mal an den Adventskalender. Falls du noch nicht dich angemeldet hast, dann einfach unten. Erster Link in der Videobeschreibung. Geht ganz einfach, ist kostenlos. Und du bist für alle Tage registriert in der Verlosung. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Ich wünsche dir eine tolle Weihnachtszeit. Und wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Mach's gut. VersaBr luminstigen. Mach's gut. Much'm ja, möglichst ace inexpensive. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut-glary. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut geworden. Vielen Dank.